Ja, wunderschöne Musik, ein sehr außergewöhnliches Instrument und jetzt wird hier... Ich muss so rock, wie geil? Ja, Sie kommen gerne dazu. Hier steht Sandy. Also, er hat jetzt mal geblieben. Jetzt hat er die Karte in der Hand. Hörst du jetzt an die Hunde? Gut, hat er gesessen? Es geht. Es geht. Ja. Kai, war schlipp? Nee, war super. War super? Ich mein, das ist nicht böse, ne? Aber ich mein, ihr habt ja auch ins Schwiss gehabt, ne? Ihr wusstet ja jetzt, ihr wusstet ja, jetzt müsst ihr auf die Bühne und Glied spielen. Dann hörst du es jetzt einfach mal an. Ich wünsche euch auf euch, bitteschön. Ganz kurz, nochmal kurz zeigen, dass ihr euch wirklich auch selber spielt, ne? Wenn du einmal sprichst, dann spielt sie es. Okay. Sandy, Ausnahme von der Ausnahme. Second Nations Army. Wuh, 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 wuh. . Nee, mach. Entschuldigung. Ich bin. 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 Ich hab's auch irgendwann mal probiert und dann krieg ich erst so Kängertrappel jetzt, ne? Super! Machst du weiter? Passt nicht! Keine Basik, du bist ja Gitarrenländer. Braucht man Talent oder kann es jener werden? Ich glaube, Motivation ist wichtig. Also, ihre Auffassungsgabe ist sehr gut. Sie hat alles wirklich verarbeitet und das wirklich beherzigt und sich dann selber ein bisschen vorangetreten. Talent ist relativ. Talent ist dann immer wichtig, wenn man eine Goldmedaille bekommt bei der Olympiade oder sowas natürlich. Aber auch Ehrgeiz und Motivation. Und dann muss das halt auch Spaß machen. Lust zu haben reicht erst mal und dann ausprobieren. Super! Ihr habt so 30 Minuten. Ich finde, das ist ein tolles Ergebnis. Und das ist euer Applaus. Danke! Ja, und zum Thema Musik. Das war jetzt mal unsere Leistung, die wir hier zum Ideen machen. Dessen finden Sie natürlich auch, wie immer, jede Menge Informationen auf unseren Internetseiten. Zum Beispiel die Geschichte der Musikindustrie. Die haben wir auf einem interaktiven Zeitstrahl für sie zusammengestellt. 1948 kam zum Beispiel die erste LP aus Vinyl auf den Markt. Durch die höhere Rillendichte war jetzt erstmals eine Spielzeit von 20 Minuten an einem Stück möglich. Auf das nachdenken. commerce. Ich habe jetzt nicht alles lassen. Ich muss mich Ihren. Ich bin jetzt nicht mehr auf dem Markt.